Das Spiel ist bestimmt nicht dazu ausgelegt, dass es so lange gespielt wird. Mag sein, ey. Danke für den Follower. Oh, jetzt sind wir hier. Oh, da steht Design, dann ist es ernst, ne? Wenn Design dran steht, dann... Jetzt sind wir da voll in so einer schickigen Mickey-Butze. Was sollte ich malen? Ich hab's vergessen. Etwas aus Sailor Moon. Wir können die Brosche malen. So. Ähm... Boah, ist voll schwer. Ich sag das so, aber... Ich hab gar nicht richtig im Kopf, wie die aussieht. Und so ein Stern malen ist ja schon übelst schwer. Io. Fail. Macht nix. Okay, ich hab's vergessen. Na ja. Dann machen wir jetzt irgendwas in die Richtung. Ist egal. So. So. Auch schön. Ähm. Aber es ist Magical Girl. Deswegen sollte es... ...immer mit Sparkle sein. Der ist verkackt. Oh Mann. Gar nicht so einfach. Hm. Noch ein Mond vielleicht. My big gold. Oder ein Stück Rock oben. Und dann faken wir jetzt mal. Prüchen. Prüchen. Ist egal. Ist trotzdem nice. I like it. Aber da ist ein Standbild. Nee, ist kein Standbild. Ich bin einfach nur sehr konzentriert. Siehst du? Weil ich hab ein Rock im Ball. Ach, wir haben die Lay. Ja, wir haben die Lay. Immer. Was denn meinst du? Ja, kaufe ich's. Du kannst den nehmen? Naja. Selamon wurde für 1168 Euro verkauft. Nice. Ich glaube, ich werde nie in so einem edlenen Büro malen. Ich glaube, man will gar nicht in so einem edlenen Büro malen. Niemals. Niemals. Ich will malen. Ja, mach. Warte, du musst auf die Staffel like klicken. Ich esse erst mal was, glaube ich. Na, willst du jetzt erst mal malen, oder? Ich esse erst mal was. Ein behinderter Dragon Ball. Ja, okay. Du tropfst den ganzen Boden voll. Schweini. Ja. Das klebt voll. Das ist doch nur Wasser und Zucker. Das ist doch doof. Ich find's schon auch schön. Das sind nicht, sehe ich nicht. 76. Okay, was war... Hm, vorhin waren es fast 100. Wow. Ja. Okay. Ähm. Koro-Sensei. Mal einfach einen Wassermelone. Wassermelone? Okay, erstmal Wassermelone. Das ist ja so. Danach machen wir groß. Vorhin habe ich reingeschaut, da waren es nur 20 oder noch. Hast du da gerade aufgehört zu spielen? Ja, wahrscheinlich ist da gerade diese Absturz-Scheiße passiert. Auch krasser. Und alle sind gedroppt, weil sie keine wahren Fans sind. Ja, wir malen gerade ein Stück Wassermelone. Ja. 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 Das ist eine Feier des Tages. Genau. Oh! Über 100 das erste Mal! Yay! Yay! Darauf erst mal ein Stück Wassermelone. Genau. So. Das ist doch sehr passend, weil wir sind auch gerade in ein neues Atelier hier gezogen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich bis jetzt gemalt habe. Hast du noch bei einer Lesben-Auktion so viel Geld verdient? Ja. Und dann kam so ein Dude und meinte, ob ich nicht in ein besseres Atelier ziehen will. Ja. Richtig so. Richtig so. Melone! Nein! Du musst das mit dem Accent Degue machen. Melone! Melone! Oh, der berühmte Maler, Melone. Oh, er wird's gleich kaufen. Wow, für 1881, weil's so gut geworden ist. Hättest du ein Accent Degue geschrieben, dass du es gleich für zehnfache verkaufen könntest. Du bist einfach nicht profitorientiert. Das stimmt. Was sagt ihr? Melonen mit Kern oder ohne? Essen? Ohne! Ohne! Das ist voll eklig, dass so jemand mit isst. Eww! Meine Oma hat immer gesagt, ist nicht so viele davon, sonst wächst du eine Melone aus dem Bauch. Ja. Da hat sie vielleicht nie Unrecht. So, Koro-Sensei ist damit fertig, wie ihr sehen könnt. So, ist aber jetzt mein letztes Stück. Weißt du noch? Assassination Classroom? Ich guck gerade auf den Chat, sorry. Melone mit Kern. Siehst du, da ist einer, der macht's mit Kern. Oder die macht's mit Kern. Der macht's mit Kern. Kern-Gedanke. Kein. 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 Das sieht genau aus wie von Overcooked, ne? Vielleicht ist es von Overcooked. Ja. So, Koro-Sensei. So. Okay. Ja, die japanische Flagge. Flo, du siehst gar nicht so fertig aus, wie man dachte vom Was-Buch-Shit-machen. Ne, das sieht halt immer gut aus. 1244? Na gut. Was als nächstes? Kann man da auch hochhandeln und so? Theoretisch kannst du auch ablehnen und warten, bis jemand anders kommt. Hm. Aber sie merkt, also das Spiel merkt schon, wenn du Billo Scheiße machst, ne? Dann stehen sie immer davor und meckern, ah, du bist ganz schön hässlich. Ja. Das ist ganz schön frech dann. So, der Rest ist für dich. Der Rest für mich? Ja. Okay. Gib mir mal das Tappet. Dann kann ich besser auf den Chat wieder gehen. Wolltest du mich malen? Ich kann auch malen, aber du bist ja gar malen. Warte, ich bin gleich fertig. Den malst du da? Den betrunkenen Typen an der Bar? Ditto! Oh, das sieht aus wie so'n Typ an der Bar, gerade. Sieht ihr das auch, so wie ich? Oben seinen Kopf, dann so seinen... Ach so, der so! Na und? Stimmt. Ditto! Ist voll süß geworden. Boing! Wo hast du jetzt? Oh! Is now following! Ach so, ich hör nichts mehr wegen, weil ich die Kopfhörer nicht auf habe. Macht ja nichts, oder? Deswegen höre ich die Follows nicht. Ja, du siehst sie ja. Okay, hier ist die Staffelei. Aber was soll ich malen? Ja. Du musst schlafen. Bye, bye! Ciao, ciao! Schreib mal, was ich malen soll. Nyan Cat! Nyan Cat! Hat jemand gesagt. Oh, Nyan Cat kann ich nicht. Ich weiß ja nicht mal wie ein Regenbogen aussieht. Mal irgendwas. Oh, er will's kaufen für 1.154. Zu wenig. Okay. Zu wenig! Immer zu wenig. Wir müssen malen, weil wenn wir nicht malen, dann verhungern wir. Oh, na dann mal ich jetzt. Dann mal ich jetzt. Oh, es ist ein neuer Planeten, der scheint zu 90% aus Keksen zu bestehen. Gibt es nicht von da? Weiß nicht, ist ganz schön unbequem. Ja? Okay, dann tauschen wir. Ich würde einfach mal sagen, wir wechseln, wir changen. Okay. Ich hab allen erzählt, du malst besser als ich, ne? Das musst du dir jetzt zeigen. Oh shit. Oh shit. Naja. Aber sicher, dass ich jetzt hier streamen soll. So einen Overtake machen soll. Nicht, dass deine Viewers jetzt runtergehen. Oh. Kerl zu sehen, gleich 50 Leute gedroppt. Gleich 50 Leute gedroppt. Ja. Aber dafür esse ich. Ich hab tendenziell immer mehr Leute, die zuschauen, wenn ich nur esse. Das ist gut, das ist gut. So, ich bin jetzt mal ganz ordinär. Oh shit. Wie kann ich's wegmachen? Gar nicht. Doch, hier. Ja, aber dann nur komplett. Ja, ist ja egal. Hm. Hitler im Winter. Beim letzten Mal hatten wir Springtime für Hitler. Da hab ich Hitler im Sommer gemalt. Ja, ich muss erstmal hier mit klarkommen. Mhm. Und das heißt, ich übe jetzt erstmal eine Rolle. Bacon. Nein. Du kannst auch langsam malen, ne? Mit dem da drüber. Wie, mit dem da drüber? Mit dem hier? Mhm. Ah, geil. Ah, geil. Ja, ein Bacon ist gut. Das wollte ich auch malen. Mhm. Das war auch meine Intention dahinter. Enttäuscht mich nicht. Hashtag russische Klavierlehrerin. Okay, man. Bacon. Wenn irgendwas nicht gut aus ist, ich einfach Glas draufmalen. Ja, man. So richtig aus sind wie ein Bacon tut es noch nicht. So aus ist es mit Gestalt an. Trust me. Okay. I'm an Artist. I'm an Artist. Graphic Design is my fashion. Ja. Okay, ähm. Ja. Jetzt fehlt aber an der Seite noch dieser Fettrand. Den ist ein Old schon, ne? Mhm. Der ist schon ein bisschen alt, ne? Ist egal. Du bist ja bekannter Fettrand-Liebhaberin. Mhm. Das heißt also, äh. Okay. Sieht aus wie nur benutzen wenn ihr ihr Schweine. Leute. Ihr wisst doch noch gar nicht, was ich vorhabe. Okay. Ist das eine Pfanne? Ja. Ja. Der innere Bereich einer Pfanne. Dazu bitte noch Spiegelei, schreibt einer. Ja, klar. Gehen wir hin. Die Ei-Liebe ist real im Chat durch Eirange. Eirange? Mhm. Von Bronk. Alle sind... Aber das ist doch gute Tamar, nicht Eirange. Ja, ich sag auch immer das gute Tamar, aber alle ignorieren mich. Leute. Mal Rechnung erhalten. Toll. Das hört man am liebsten. Liegt nicht an dir Flo, aber ich muss leider ins Bett. Wünschen noch viel Spaß. Ja, ja. Das sagen sie alle. Okay, dann ist hier unten noch so ein Ei. Das deuten wir aber nur an, ja? Das ist wie mit diesem Bild von diesem Künstler, der diese beiden Bauern gezeichnet hat. Ne, Quatsch. Nicht diese beiden Bauern. Diesen einen Typen mit dem... Mit dem Apfel? Mit dem Apfel. Hm. Naja, so ist das jetzt. Ich weiß, ich hab grad keinen Namen davon. Im Kopf. Oh, der kann nur voll live. Hm. Können wir uns größer machen? Fragt jemand. Also, ich bin groß. Melissa kann sich nicht mehr größer machen. So sad. Äh, ja, fertig. So, jetzt und weiter. Da, zack, ja. Und dann da raufklicken? Genau, und jetzt einen Namen eingeben. Ayeiwei. Vielleicht kriegt das nicht mit und kauft es trotzdem, wenn der Name draufkommt. Ha, ha, ha. Oh, warum ist das so viel wert? Warum kriegst du so viel Geld dafür? Loh! 3,36 Cent nie bekommen! Ha, ha, ha. Ha, ha. Was ist hier los? Das ist dieser... Das ist dieser moderne Touch... ... von Kunst, den ich da eingebaut habe. Nein! Wann ... Das ist so ne Gender-Sache. Männer kriegen einfach mehr Geld als Frauen. So, jetzt schlagt mal vor, was ich jetzt zeichnen soll, malen soll. Gender Studies. Warum liegt hier neben mir schon wieder so gefährlich ne Oreo-Packung? Bitte nimm sie an nicht. Ja, ich mein René Magritte. Der hat auch ein Accent-debue bei seinem E. Alle haben sich Alice im Wunderland gewünscht. Alice im Wunderland? Ach du Scheiße. Max Simple. Ja, ähm... Ich geh mir kurz die Hand waschen und pieken. Ja. Piep piep. Okay, ich mal die Grinsekatze. Das ist ein guter Einwand von... wie heißt sie? Von Mark. Von Mark. Gute Einwand. Das versuchen wir jetzt mal. Die Grinsekatze. Es ist so geil, wenn man einfach von der Arbeit kommt und dann merkt, dass das Buch nicht mehr so lange zu dauern hat. Noch wenige, 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 wenige Tage, dann ist es fertig. So. Jeder weiß, denke ich, was das hier wird. Wie ist das denn nicht so bei Streams? Um euch bei Laune zu halten, muss man immer reden. Da darf man keine Downtime haben oder sowas. Mal Melissa als Mann. Ähm, man muss immer was zu sagen haben. Aber ich bin immer jemand, der nicht, nicht immer... ...so viel zu berichten hat, weil ich jetzt auch gegenwärtig sehr stark, äh, eingebunden bin am Buch und immer nur sagen kann, antworten kann, wenn einer fragt... Jo, ich bin ein Buch. Gerade. So, jetzt nochmal die Pinselstärke. Ich fühle mich ein bisschen wie Bob Ross. So. Wir machen keine Fehler. Es sind glückliche Zufälle. Und? Was passiert? Äh, alle haben gesagt, ich soll die Grinsekatze zeichnen. Ah. Oh, sehr ghibli. Ja, ich hab aber einen Fehler gemacht, gerade merke ich. Weil du ihr einen Mund gemalt hast, obwohl sie schon einen hat? Nee, ist ja kein Mund. Das funktioniert leider nicht. Doch, ich geb ihr ein bisschen... Was hat sie für eine Farbe normalerweise? Rot, ne? Im Gesicht, oder? Nee, Pink. Pink ist sie im Gesicht? Mal schon mal die Grundierung. Pink-Lila, so. So was hier? Ja, wäre schlauer gewesen vorher. Was denn? Vorher alles pink zu machen. Ja. Aber dafür bin ich nicht so bekannt, dass ich schlaue Dinge tue. Ja. Nochmal, Dietrich. Wir hatten doch schon Dietrich. Genau, wir hatten Dietrich. Jetzt hört mal auf hier. Kawaii kackhafen. Eine Diddle Maus auf Koks. Dich beim Buchshit machen. Mich beim Buchshit machen? Da würde mir eine ganz einfache Illustration einfallen. Mal deine Haare in vermenschlichter Form. Die Binding of Isaac. Ich hab jetzt erstmal nie Automata gekauft, was offensichtlich nicht funktioniert hat vorhin, aber wir kriegen das bestimmt nochmal hin. Klar kriegen wir das hin. Aber Binding of Isaac ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Ja, was macht man dann? Ähm... Da musst du irgendwie so entfliehen. Da wirst du irgendwie so festgehalten in so einem Keller oder so. Und so richtig durchgestiegen bin ich nie, weil ich es nie gespielt habe, aber ich hab's von meinen ehemaligen Giga-Kollegen immer sehr empfohlen bekommen. Ah. Voll gut. Äh... Was jetzt... Hat sie... Sie sitzt auf einem Mond oder so, ne? Auf dem Baum. Du sollst Dietrich mal. Auf dem Baum sitzt sie. Aber sie hat doch immer so die Hand irgendwie so halb angewinkelt, ne? Ja. Wenn du noch ein bisschen länger brauchst, sind wir Pleite. Echt? Wo steht denn unser Geld? Na, ab und zu, wenn die Rechnung reinkommt. Okay. Man muss schon hasseln. Ja, ich hassel doch. Schneller! Ja, warte doch mal! Nein! Hör auf mich zu... Sabotieren! Ey, Leute! Also, das soll jetzt hier eine Pfote sein, ja? Joa. Könnte auch eine Taube sein. Ah, okay. Ein Lama. Genau. Genau. Okay, ähm... So... Okay, jetzt, ähm... Oh, Donald Trump ist bei dir. Oh, geil! Hello, Mr. President! Alle wollen Sachen kaufen, nichts hängt. Ja, ja! Lass mich doch mal kurz... So, dann hier noch ein bisschen... Den struppigen... Die struppige Schulter, weißt du? Mhm. Katzen haben ja so... Mann mit Stiefel auf den Kopf tritt als Präsident an. Okay. So, hier noch ein paar Haare an die... Ellenbogen. Gut. Also, ja, also akzeptiert jetzt auch mal ein bisschen meine künstlerische Freiheit hier, ja? Ist doch gut geworden! Ja. Ist besser als alles, was ich heute gemalt hab. Geht so. So. Und hier... Sind dann die Pfoten vom Hinter... Von den Hinterbeinen, weißt du? Ja. Und hier sind die Vorderbeine. Du sollst mich als Mann malen. Oder David Hasselhoff und Roter Baywatch. Kim Jong-Un könnte ich malen. Das würde ziemlich so nah kommen. Okay. Die russische Klavierlehrerin ist sehr stolz auf dich. Mach weiter so. Gut. Okay. Die russische Klavierlehrerin. Okay, ähm... Ich hab oben nochmal Alice hin, okay? Du gibst ihm doch gleich einen Namen. Nein, aber sie sagt es ja. Alice. Der Setzer kann die Lücke nicht ertragen. Nein! Okay. Zack. Fertig.